so grüß gott und hallo liebe freunde nachdem mir gestern nachgesagt wurde ich würde schummeln wenn wir das heute noch einmal machen fangen wir mit 51 an die rampe schaut so aus mal schauen ob man das revidieren können das ist kann man da hinstellen weil das geht nicht mit einer haut so ich hoffe das wird jetzt einigermaßen lassen und jetzt starten wir mal los so machen wir das so machen wir das das sind 51 da geht noch ein bisschen was da brauchen wir sich gar nicht viel da brauchen wir sich gar nicht viel tun da geht noch ein bisschen was wenn wir wollen so vielen dank den kritikern herzlichen dank so liebe freunde und ja für den fall dass ich mich verrät haben soll es sind natürlich keine prozent sondern grad in der steigung aber das habt ihr wahrscheinlich selber gesehen ok dann schönes wochenende und baba